Leute, Bitcoin ist bei einem neuen All-Time-High. Glückwunsch an alle Leute, die natürlich aktuell in Long-Positionen sind oder auch nur tatsächlich ein Krypto-Portfolio haben. Ich glaube, heute ist ein Tag, wo wir alle feiern können. Das heißt, lasst uns direkt zum Anfang des Videos mal die 2000 Likes hier auf diesem Video knacken. Ich möchte aber heute natürlich mit euch darüber reden, wie weit der Bitcoin-Kurs jetzt noch steigen kann, nachdem wir das All-Time-High ganz, ganz klar heute nach oben hin durchbrochen haben. Wo kommt der nächste Widerstand und wo müssen wir mit der nächsten großen Korrektur rechnen? Denn ihr wisst es, nichts kann einfach in einer geraden Linie nach oben gehen. Selbst Bitcoin im stärksten Bullenmarkt. Immer wieder haben wir auch in der Vergangenheit größere Korrekturen zwischendurch gesehen. Und jetzt stellt sich halt wie gesagt die Frage, bei welchen Preisleveln werden diese Korrekturen denn kommen? Aktuell ist es natürlich so, Leute, wir haben gestern wieder, waren perfekt wirklich auf dieses Szenario vorbereitet. Wir haben einfach auf das Breakout aus diesem Ascending Triangle hier gewartet. Das Breakout hat tatsächlich nach oben stattgefunden. Aus diesem Grund hatte ich euch ja gesagt, sobald wir aus dem Ascending Triangle nach oben ausbrechen, wird es auch sehr wahrscheinlich, dass wir auf dem 4-Hourly-Timeframe hier aus unserem Rising Wedge nach oben ausbrechen. Und ich habe euch auch gesagt, dass sobald wir eine 4-Stunden-Kerze über diesem Rising Wedge schließen, dass ich dann meine Long-Position hochskalieren werde. Das habe ich natürlich auch gemacht, Leute, und meine Long-Position aktuell insgesamt allein die Trades hier auf Femex und auf Binance mit knapp einer Million Dollar im Gewinn. Und ihr wisst es, ich habe auch noch auf den anderen Plattform-Long-Positionen offen. Das heißt, insgesamt befinden wir uns mittlerweile schon wieder in einem wirklich sehr guten 7-stelligen Profit, obwohl ich bereits Profite von diesen Trades genommen habe. Und ich möchte natürlich damit vorbereitet sein, erneut Profite zu nehmen beim nächsten großen Widerstand, den ich euch heute im Video zeigen werde. Ansonsten, Leute, wie gesagt, würde ich mich wie immer freuen, bevor wir jetzt genauer in die Charts springen, wenn ihr dem Video hier wirklich mal einen Daumen nach oben geben würdet. Wie gesagt, lasst uns mal die 2000 Likes knacken, abonniert diesen Kanal, aktiviert die kleine Glocke, damit ihr nichts mehr zum Thema Kryptowährung verpasst. Und schreibt mir natürlich auch sehr gerne einen Kommentar mit eurer Meinung zu diesem Video in die Kommentare. Drehen wir jetzt aber nicht groß seitlich rum, sondern springen direkt mal in die Charts. Vor allen Dingen, Leute, was ich euch ja wirklich als einen sehr ausschlaggebenden Punkt gegeben habe, ist, dass wir eine Tageskerze hier über diesem Daily Resistance, über dieser Daily Resistance schließen müssen. Und genau das ist tatsächlich jetzt auch passiert und seitdem, nachdem wir die Tageskerze über dieser Resistance Line geschlossen haben, hatte ich euch ja gesagt, steht uns nichts mehr im Wege bis zum 11-Jahres-Widerstand, auf den ich gleich zu sprechen kommen werde. Und bis jetzt, wie gesagt, mit dem Trades hochskalieren, das hat bis jetzt perfekt funktioniert. Seitdem wir unsere Trades hochskaliert haben, haben wir einfach mal einen 2, fast 3.000 Dollar Preis-Move jetzt nach oben mit Bitcoin gesehen. Und aktuell steht uns weiterhin eigentlich nichts großartig im Wege, denn auf den Weekly Timeframes haben wir immer noch sehr, sehr bullische Chart-Pattern, slash sehr, sehr bullische Price-Targets. Und zwar hier von unserem richtig, richtig großen Cup-and-Handle-Pattern. Wisst ihr ja ganz genau, dass wir hier auch immer noch ein sehr, sehr elegantes Preisziel von, ich kann es euch gleich zeigen, nachdem ich hier das Chart-Pattern eingezeichnet habe. Wir haben hier natürlich immer noch ein sehr, sehr schönes Preisziel von, zack, 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 was haben wir hier für ein Preisziel immer noch? Offen, aktuell. Wir haben hier auf dem Weekly Timeframe natürlich immer noch ein Preisziel von ungefähr, jetzt habe ich es hier nicht genau eingezeichnet, von ungefähr 74.000 Dollar tatsächlich. Ungefähr das Preisziel von 74.000 Dollar auf dem Weekly Timeframe. Aber uns steht natürlich etwas dazwischen, Leute. Wir haben tatsächlich einen Widerstand, einen massiven Widerstand, den wir in der gesamten Vergangenheit von Bitcoin noch nie nach oben hin durchbrochen haben. Und ich rede hier an der Stelle natürlich nicht von einfach nur irgendeinem Widerstand. Nein, ich rede wirklich von unserem legendären Elf-Jahres-Widerstand, der in noch keinem Bullenmarkt nach oben hin durchbrochen wurde. Wie ihr wisst, ich habe anhand dieses Elf-Jahres-Widerstandes im Dezember bereits unser 60.000 bis 70.000 Dollar hochprediktet. Und ich kann euch jetzt auch schon mal wieder sagen, dass wir dieses Mal zwar eine bessere Chance haben, diesen Elf-Jahres-Widerstand nach oben hin zu durchbrechen. Aber ich persönlich bin jetzt, nachdem ich meine Trades erneut hochskaliert habe, erstmal ein bisschen vorsichtiger, bis wir eine klare Wochenkerze über diesem Weekly Timeframe schließen. Denn obwohl wir natürlich aktuell noch sehr bullische Preisziele haben, hier vor diesem Cup-and-Handle-Pattern, zum Beispiel von 74.000 Dollar, was natürlich ganz klar über unserem Elf-Jahres-Widerstand liegt, muss man sagen, wir haben es auch bereits im letzten Bullrun gesehen, ein kurzer Wig über den Elf-Jahres-Widerstand mit den Weekly Candles, ein Abverkauf und dann eine ganz, ganz fette Rejection. Und diese Rejection wird uns tatsächlich, in diesem Fall sollten wir keine Weekly Candle jetzt über dem Elf-Jahres-Widerstand schließen können, wird uns diese Rejection definitiv bis auf ein Preislevel von 55.000 Dollar nochmal runterbringen. Das heißt auf unseren 8-Jahres-Support-Channel hier auf dem Weekly Timeframe. Das heißt Leute, wenn ihr aktuell in Long-Positionen drin seid, macht es denke ich auf jeden Fall Sinn, jetzt aktuell ein paar Profite zu nehmen. Ich rede nicht davon, seine ganzen Trades zu schließen, ich rede davon wirklich vielleicht 10, 20, 30% der Positionen jetzt bis zum 70.000 Dollar Level rauszunehmen, damit man einfach sichere Profite in Bitcoin hat. Wenn wir dann einfach weiterpumpen, werden diese Bitcoin, die man ja an Profit genommen hat, ja auch weiter Profite in US-Dollarn machen. Aber man ist dann eben einfach darauf vorbereitet und kann dann mit diesen Profiten seine Trades erneut vergrößern. Sobald der Bitcoin-Kurs hier auf dem Weekly Timeframe schönen Support findet, sollten wir nicht sowieso direkt hier durch den Elf-Jahres-Widerstand durchkommen. Aber selbst dann ist die Wahrscheinlichkeit enorm hoch, dass wir nochmal einen Retest des Elf-Jahres-Widerstandes sehen. Das heißt man scalt ein bisschen an den Profiten raus und kann seinen Trade dann beim Retest einfach auf sein altes Hoch wieder hochskalieren. Das heißt Leute, wie gesagt, seid nicht zu greedy, wir sind aktuell sehr sehr bullish, aber man muss natürlich auch mal der Realität ins Auge sehen. Vor allen Dingen, wenn wir hier mal auf dem Daily-Chart schauen, wir sind hier aktuell schon extrem extrem parabol und es gibt einfach ein gewisses Limit in was für einer geraden Linie oder mit was für einer Geschwindigkeit ein Asset nach oben gehen kann, selbst bei Bitcoin. Das heißt Leute, passt jetzt auf jeden Fall mal auf, sollten wir jetzt bereits in diesem Preislevel hier eine Rejection sehen, dann wollen wir natürlich sehen, dass wir hier diesen Daily Support halten, diesen ehemaligen Widerstand, der jetzt zu Support geworden ist. Den wollen wir natürlich jetzt unbedingt als Support halten und wollen dann natürlich einen Bounce sehen und was dann hier an den 70.000 Dollar, bei den 69.000 bis 71.000 Dollar, um genau zu sein, passiert bei unserem Elf-Jahres-Widerstand. Naja, das wird uns nur die Zukunft zeigen können und aus diesem Grund, ich bin auch der Meinung, dieser Bullenmarkt, die höchste Wahrscheinlichkeit ist diesen Bullenmarkt, dass wir diesen Widerstand nach oben durchbrechen, einfach aus dem Grund, weil die Fundamentals so extrem gut sind. Aber trotzdem Leute, bleibt einfach ein bisschen vorsichtig, nehmt ein bisschen Profite und vor allen Dingen, wenn wir jetzt hier nochmal diesen Support antesten, achtet darauf, ob wir hier bouncen oder ob wir diesen Support nach unten durchbrechen. Das heißt, wenn wir jetzt nochmal eine Tageskerze unter den 64.000 Dollar oder sogar unter den 63.600 Dollar schließen, muss man ganz, ganz klar davon ausgehen, dass erst nochmal eine größere Korrektur kommt, bevor Bitcoin dann final, es schafft hier diesen Elf-Jahres-Widerstand nach oben hin zu durchbrechen. Das ist zumindest meiner Meinung, das ist zumindest was ich vom Bitcoin-Kurs erwarte und das ist das, was ich mit meinen Trades machen werde. Das heißt Leute, seid einfach auf die Szenarien vorbereitet und geht jetzt nicht davon aus, dass Bitcoin einfach jetzt hier über die nächsten Tage einfach in einer geraden Linie nach oben schießt auf 100.000 Dollar. Das ist einfach eine Sache, die doch schon sehr unrealistisch ist. So oder so Leute, würde ich tatsächlich sagen, wenn es euch wie immer gefallen hat, lasst auf jeden Fall mal einen Daumen nach oben da, lasst uns die 2.000 Daumen nach oben klacken und vergesst natürlich nicht, diesen Kanal hier zu abonnieren, die Glocke zu aktivieren und schreibt mir natürlich auch gerne einen Kommentar mit eurer Meinung zu diesem Video in die Kommentare und dann sehen wir uns im nächsten Video. Bis dahin, ciao, ciao.